Peace Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr seht ja schon, 94, ja 94, das Säge im Sturm habe ich ja einfach mal gehört, liebe Freunde. Im letzten Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall auch raus. Hier das aktuelles Team, der Schwarzstelle, eindeutig das Tor. Darauf sparen wir heute. Wenn ihr vielleicht zusammen seht, wir haben über 1000 Fieberpoints. Fieberpoints sollen nach aller Ansicht nach erneut, also übernommen werden, zu übernommen werden und ja, ich habe Bock dann jetzt eigentlich mal so ein SBC zu machen, ne? 15.000 reinigst es für 75.000, das könnte ganz interessant sein, 150.000 Münzen. Und so, so ein paar Spiele waren schon echt richtig, richtig geil, Freunde. So, Freunde, ich würde sagen, wir starten erstmal rein. Mit einem Grotis-Pack. Ah, du musst mir jetzt auch recht legen, liebe Freunde. Und jetzt, wie soll ich sagen? Oh, Yusuf. Oh, Yusuf. Ben-Khalut. Yusuf. Ganz leiser Spieler. Aktivitäten-Bonus. Können wir abholen, liebe Freunde. Ja, jetzt vielleicht bin ich etwas verschnupft, was mich natürlich nicht hindert, weiter zur Schule zu gehen und Sport zu treiben. Ich bin ein vorbildlicher Schüler. Und die aktuellen 31. Aber vorher spielen spielen jetzt natürlich erstmal, ihr wisst es, liebe Freunde, die Changes, wo wir dann den Sternachschub bekommen. Samu Castello, ihr wisst es vielleicht, aber dachte man, die mein Bester. Okay, das geht nicht. So, nice. Nice, nice, nice. Das gibt einen Sternachschub, liebe Freunde. 24. 27. Aktuell läuft. Und dann würde ich sagen, wir starten rein. Und das ist das Angriffspiel. Am Freunde, da kommt Freude auf. Und dann würde ich sagen, wir starten rein. Okay, da ist mein Team. Und das ist sein Team. Oh, als ob Selke den Rainbow noch nicht beherrscht, ey. Gefallen, also wenn ich hier einen Spieler trainiere, soll das auf jeden Fall Davy Selke sein. Das ist ein Rainbow geherrscht. Oh, was ein Tor. So stark Davy Selke. Klausen trifft. Sanchez halt auch. Schade. Nummer 13. So eine absolut stabile Führung. Boah. Du hast ein Strahl. 24. Liebe Freunde. Wenn man mal der Treffer auch kommt, macht man jetzt nicht damit etwas verordnen rutscht. Weil ich das den Führung ganz schnell wieder weg sein kann. Auch weil jetzt so reit wieder trifft. Wenn man eine tolle Chance genau zur richtigen Zeit Latte. Nachköpfer der Tor. das heißt mit einem treffer hier absolut auf der richtigen seite wenn das macht den ersten schritt in die richtige richtung das war's liebe freunde absolut perfekt gemeistert das erste spiel so waren gewonnen acht sterner schub plus bringt uns wieder auf 42 von daher würde ich sagen wir machen dann direkt damit weiter wo wir gerade aufgehört haben ja schon wieder hier kann man machen dieses thema wollen mein team finde ich auch gar nicht so schwach das ding ist halt ich probiere jetzt halt absolut durchzusuchten hier meine freunde ich bin voll gewöhnt mein stemmer sollte ein schritten wo können also oder sehr kämpft einfach die absoluten schlusswerte überzeugt natürlich der bundesliga bonus robben trifft also muss castell oder auch treffen und trifft ob es ist doch okay ich habe das spiel ich glaube da ist einfach gar nichts bisher okay wird er natürlich ist dabei weg auch absolut kranken keeper hinten drinnen einfach alles aufhört also haben wir die chance aber natürlich nicht genutzt und noch castell wie viel ausgleich herum trifft es war so klar du musst den ganzen moment hier wieder zerstören die hausaufgabe sind jetzt noch ist vorbei er darfst nicht mehr er trotz nicht mehr was bedeutet liebe freunde wir kriegen fünf mal sterner schub jetzt auf eine warte machen was ich meine tecke noch ein bisschen richten und das sind nicht mehr auf mann sein team und herracki viel auf ein ronaldo sehr ronaldo liebe freunde du mit uhr ist einfach ronaldo mit uhr geschrieben ach stimmt ronaldo ronaldo muss ich jetzt umbenennen lassen wenn ronaldo damit seine namen auch post hier ihr freunde sind so epische fails er dagegen kann auch kein fail absolut nichts machen das ist einfach der foto bei einem 96er selke 94 keine ahnung auf jeden fall also ich finde selke absolut keinen fehlkauf power windows power absolut schwache spiele oder zum stelle von method verlorene gefahren ja power trifft und ich treffe eben auch das ist eine moderne schwindel und so die spiele dann sind es extrem gut ausgeglichen alexander mieterwitsch gehen davon aus ja mit dem wasser der sieg drüber freunde ist eine lange zeit so so klar aus und auf einmal dieser rückfall aber gut freunde wir haben es uns richtig verdient und jetzt würde ich dann sagen wir starten rein mit dem raumschiff blicken wir los starten 25.000 münzen finde ich ziemlich nice du kannst ja münzen einfach so gratis verdienen okay also nicht gerade so kriegst du die münzen ziemlich kostenfrei 25.000 100.000 münzen von wohnen stock und jetzt hier auf jeden fall von 25.000 münzen das ding ist ich bin aktuell auf der suche in einem richtig starken keeper und auf den bus dann halt gesport werden naja von mir ist kalt oder ich werde absolut ich bin absolut krank freunde hast du mir natürlich nicht daran euch wieder geile videos zu präsentieren freunde und schau mal zwei natürlich belasten so was aber immer von bräuchten und schauber auf jeden fall bräuchten und staub auf jeden fall wohnen staub was das zeugelde und wenn ich gut noch müssen muss man eine stimme noch stehen und dann noch mal fünf 200 kipos ich glaube wenn das so weiter läuft dann können wir bald viele spiele wieder auf können 10.000 trainings xp 8 saison vorbereitungs toten erste paar brauchen wir auch noch ein bisschen was 50.000 trainings xp nochmal freunde 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 also wenn dieses event nicht gar eskaliert freunde dann weiß ich auch nicht austronaut gefunden freunde das bedeutet spiele also zwischen 86 und 97 ist alles drin 10.000 trainings xp und dann nochmal rundschiff upgrade punkte absolut episch 10 mal staub hohe freunde also hier kann man mal komplett eskalieren ok freunde also ich glaube damit sind nicht dass ich dann jetzt ja noch die spielerbex öffne die kommen dann irgendwann mal in einem richtig krassen live stream freunde da wird dann geöffnet was das zeugelde bis dahin macht den jetzt einfach weiter diese videos auch natürlich hat das video gefallen gibt auf jeden fall den daumen nach oben abonniert den kanal und aktiviert auch die glocke damit ihr kein weiteres video von mir verpasst und ja dann würde ich sagen wir auch noch den rest holen es den ganzen spieler und ja wenn ihr wollt dass man extra wieder zu meinem team macht schafft einfach in die kommentare und ja 100 mal skewbos freunde ey das eskaliert so krass 300.000 münzen damit ist ein geiler toy da drin gehen wir rumschiff auf kühlpunkte 6 stunden und minuten 16 27 15 12 mal skewbos ey freunde ich weiß grad echt nicht was mir der ganzen scheiße von skewbos hier nochmal noch sei und schon mal 10 wichtig von die zeit vergeben für das video dauert jetzt schon wieder 13 minuten hier 10 monst auf das ist meist wir sagen die letzten drei 150 skewbos verdammte 150 skewbos freunde so nochmal 6 rumschiff abgabe punkte dann würde ich sagen wir holen uns noch den spieler und dann hoffe ich natürlich das video gefallen ich kann mich nur wiederholen gebt einen daumen nach oben abonnier den kanal und aktiviert die glocke und ja dann würde ich sagen als das ein spieler garantiert das freunde holen wir uns doch einfach mal dieses pack hier ok klar für den kann ich mich nicht beschweren also auf jeden fall direkt stamm spieler freunde das kann ich mir versprechen hier oder ich hau klauern jetzt immer rein was spielt kilter wenn wir das tauschen könnten oha von 92 packt klauern easy und von hierher jetzt schon alles geklappt bei ja wenn dieses level so wenn wir 94 geklappt ist der neue mann kann man hier sagen davy selke keine beweglichkeit nur wenn man 80 dementsprechend würde dann jetzt hier auch trainiert darin stand den ganzen müll trainigsexpüß los weil wir hier jetzt an die ganzen kleinen und das mal unter nehmen wir weiter da war man warte bis 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 Ok Freunde, dann würde ich sagen, das war's von dem Video, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und dann sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, gebt einen Daumen nach oben und hofft natürlich, wenn ihr mich abonniert, freut mich für jeden neuen Abonnenten und nützlich auch über viele Klicks auf meinen Videos. Dann würde ich sagen, ciao.